wir haben vorhin im jingle gehört rsa der sender von gestern grüßt die stadt der moderne also wenn rsa der sender von gestern ist dann sind wir die band von vorgestern denn die musik die wir spielen die ist quasi schon von vor 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 gestern aber sie wird immer bestehen das ist unsere meinung und deswegen wollen wir auch den nächsten songs bei euch spielen mit dem ging es irgendwann mal los eingespielt in new york 1954 und durch einen film 1955 ging dieser song um die welt und öffnete die türen für den internationalen siegeszug des rock'n'roll will hayley dennis kommels rock around the club